Liebes armen Wolf, lauft hin! Ich habe euch jetzt alle bildlich vor mir, ich kenne euch ja schon alle, weil wir schon einiges miteinander gemacht haben, aber jetzt ist eine ganz besondere Aktion zu Ende gegangen. Wir öffnen Türen und ich habe zwei soziale Initiativen unterstützt, die Mütter in Not und hier, wir sind gerade in der Erziehungsberatungsstelle, ihr seht die Hände von Kindern hinter mir und da habt ihr ganz was Besonderes für die Erziehungsberatungsstelle geleistet, dass die noch barrierefreier Zugang hat, Türen automatisch geöffnet werden, dadurch auch Familien, die selber, eine Mutter, ein Vater, die behindert sind, ohne Probleme reinkommen können, aber auch die ganz kleine Zamperl, die sich schwer tun, eine große Tür aufzumachen. Das habt ihr ermöglicht. Ich bin selber mitgelaufen, aber wenn ihr so seht, was ihr alles gelaufen seid, da kann ich nur sagen Hut ab. Tolle Leistung, ich sage tausendmal Dankeschön an den Armen, an die Alexandra und alle von euch, die da mitgelaufen sind. Super!